Liebe Freunde der Brüder Grimm-Festspiele, im vergangenen Jahr durfte ich zum ersten Mal als Märchenbotschafterin die preisgekrönten Aufführungen in Hanau miterleben. Und ich war so fasziniert und so begeistert, dass ich mich sehr auf die kommenden Festspiele freue. Am 10. Mai öffnet sich wieder die Welt der Märchen. Bis 28. Juli wird auf der Bühne des Amphitheaters von Schloss Philippsruhr gelacht, geweint, getanzt und gesungen. In diesem Jahr dürfen wir uns auf Schneewittchen und die Bremer Stadtmusikanten freuen und auf das Grimm-Musical Jakob und Wilhelm Weltenwandler und in den Sonderreihen Maria Stewart und die Leiden des jungen Wärter. Genießen Sie diese einzigartigen Inszenierungen in einer bezaubernden Atmosphäre und sichern Sie sich heute schon Ihre Eintrittskarten. Denn diese Eintrittskarten gelten auch für das Grimms Märchenreich. Das neue Mitmachmuseum von Kindern für Kinder, das müssen Sie erlebt haben. Ihre Märchenbotschafterin Marie-Luise Marian.